so und weiter geht's wir müssen uns hier irgendwie hier im restaurant mit jemanden treffen was jetzt gar nicht mit wem er dort telefoniert hat wobei die waffe schon nicht schlecht ist es aber trotzdem lieber wenn man mal bessere sturmgewehr hätten alles zensiert aber ganz ehrlich nur bei unserem toten so von den gegnern hier das sehen wir eigentlich alles ja blöd natürlich jetzt gibt es nur pisteln hier muss man ein bisschen mit der munition aufpassen warte mal wo müssen wir überhaupt hin ohne scheiß wir können wirklich alle türen auftreten egal ob das jetzt unser weg ist oder nicht wo kommst denn du jetzt her wir müssen ja schon mal rausfinden wo wir hin müssen drücke f das mache ich doch ach so hinter ihm stehen das funktioniert nicht so wie ich das will pass auf ne die haben wirklich nur pistolen ey was der raus 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 guck mich wir rennen nur kurz um die ecke dann sind wir schon wieder fast weg kommt denn habe ich schon gibt mir bitte munition ja das ist natürlich blöd dass wir jetzt die munition eigentlich nur von dem polizisten bekommen aber ich jetzt den geißel erschossen ich glaube was heißt geißel zivilisten komm ich gehe jetzt mal hier rein oh das ist ja gemein der schießt schon wo ich die tür noch gar nicht eingetreten habe ja was machen wir jetzt probieren wir es trotzdem mal mit der ach so da bist du aber wieso rennt der immer so schnell durch komm das gibt es denn jetzt lebt er noch der hat mehr treffer mehr treffer einstecken müssen wie ich ja und lebt noch und auch wieder nur pistole ach so okay ist ja mal hier von uns ich dachte schon ihr kommt nicht oh nächste na gott sei dank wenigstens mal eine andere waffe aber das ist schon cool aber wo soll ich denn hier in deckung gehen ach hier oben ja wir werden auf jeden fall jetzt schön vorsichtig schießen müssen wegen der munition glaube jetzt nicht dass wir hier viel munition bekommen werden mal schauen dass wir irgendwie können wir das zerschießen ja ja wir sehen ah doch jetzt müsst ihr nur her schauen ja genau ein kopftreffer so nochmal ich komme zu euch hinter na denke ich mir dass ich hier wirklich keine munition bekommen werde jetzt haben wir hier gar nichts jetzt weiß ich natürlich auch nicht ob der über uns hier schon weg ist kann ich jetzt hier mal nochmal rein gehen woher kommen immer mehr das gibt es doch nicht ist jetzt einer von mir hinten ich weiß es nicht ja ja komm wir müssen okay da hat man pistole noch ja die hätten natürlich die schönen waffen für mich jetzt müsste einer drauf gehen von euch dass ich die munition bekomme hey es gibt's doch nicht so haben wir jetzt da 18 schuss los komm hoch neun schuss aber drei haben wir schon mal zerlegt dort dürfte eigentlich keiner mehr sein nur noch der eine hier vorne links achso das mit mit der deckung müssen wir mal versuchen noch fürs lernen wie das geht sag doch mal wo kommt ein so dich habe ich und jetzt nehmen wir dich so jetzt war da mal deckung oh munition ah für die waffe so wie war jetzt das mit dieser deckung hier mit c ja gott sei dank da haben wir munition siehst du da hätte der erste kopftreffer schon tödlich sein müssen so so gute frage ob jetzt die türe die tür hier hier waren wir ja schon oder freilich genau hier hat man das nämlich wieder als wenn ich auf c gedrückt heute achso dann rennt er zur nächsten deckung ok können wir mal einen tipp machen das müsste ja die tür sein wo wir durch müssen man findet aber sonst wirklich keine waffen überhaupt nicht also nur von den von den leichen dann bleibe ich mal lieber außerhalb wenn ihr sagt hier ist niemand das kann nämlich wieder schöner hinterhalt hier genutzt werden so weiß wer sie sind der scheiß auf dem freeway hören sie mir zu so kriegst du garantiert ihn zu na schnauze überlasst das mir sie kommen mit uns sie halten sich für große man mutige man große man was fassen sie da sie dumme man schieß ein falsches mädchen welches mädchen mädchen auf markt was denn jetzt jetzt gehen die anderen auf mich los mal schauen ob ich irgendwo hier durchkomme aber wir können nach oben ja da bin ich schon boah schau mal an das sind jede menge komm 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 wo brauche ich meine ganze munition ja mach ich doch ey ist das auto nicht kaputt ach komm das war doch fast kaputt das ist ja blöd das ist ja blöd warte mal jetzt gehen wir glaube ich gleich nach oben komm schau schau das aber da weiß man gar nicht auf wem man zuerst schießen soll das hat mich schon wieder erwischt komm und lad nach komm und lad nach lad nach na gott sei dank jetzt war doch mal irgendwo war doch hier munition da habe ich dich schon aufgenommen jetzt kommen polizisten wir müssen da rüber ja ich glaube wir lassen es zu uns kommen oder ja wenn wir natürlich immer kleinen kopf treffen landen ist natürlich super komm hoch und dann lässt es sich nicht einmal mehr blicken hier der sack oh scheiß position hier ja ja das ist die deckungen sind nicht wirklich immer gut durchdacht hier hey da ist die munition jetzt warte mal lass mich mal schnell hier hinten rein nicht mit mir jungs so kann man es natürlich dann schon besser ausschalten oh da haben wir die waffe jetzt warte mal wir bleiben doch bei der jetzt warte mal da können wir eigentlich die mp hier weghauen neben tier da gefällt mir besser ja das ist jetzt mehr als ein bandenkrieg ich muss zu anrufen wie es aussieht wurde sing befördert ja wer hat die erschossen lynch oder ja wenn du jetzt mal von meiner deckung hier weg gehen würdest warte mal munition nein blödes wenn er hier an meiner deckung steht kann ich da rein gehen nein warte mal hochklettern da wo hast du mich da reingezogen lass mich nachdenken ich muss zu anrufen steck das weg er ist shang zi ein korrupter regierungsbeamt vermutlich das gefährlichste arschloch in ganz china scheiße hier kann ich nicht bleiben lynch gibt das den deal Nein, nicht wenn wir untertauchen. Scheiße, Kiel. Er darf uns nicht finden. Er darf uns nicht finden. Er darf uns nicht finden. Tja. Xiu. Ich bin's. Ruf mich zurück. Ich hab's verdorbt. Wir müssen die Stadt verlassen. Komm runter zum Schirm-Zieh. So schnell du kannst. Ich liebe dich. Bye. Okay. Dann sind wir jetzt hier im Restaurant. Dann geht's auch gleich weiter. Da müsste ja jetzt eigentlich seine Freundin, Frau, wer auch immer dann hierher kommen. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Ob sie überlebt, ob wir überleben. Wir werden's sehen in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.